Wir alle haben Stress. Das ist wenig überraschend. Wir leben in einer stressigen Welt, wir leben in einer hektischen Zeit und jeder von uns hat etliche Male die Erfahrung gemacht, dass das eigene Leben manchmal auch schwierig und anstrengend und hart und stressig sein kann. Da könnte man ja meinen, wir kennen Stress aus erster Hand. Wir kennen uns in diesem Themenbereich super aus. Es ist uns absolut vertraut und wir wissen, warum Stress da ist und wie er funktioniert. Aber im Alltag zeigt sich oft, dass wir eigentlich vergessen haben, worum es beim Thema Stress im Ursprung geht. Wenn wir sowas sagen wie, ich bin gestresst, dann meinen wir damit ja oft sowas wie die eigene Arbeit. Es gibt gerade viel zu tun. Ich habe gerade viel auf dem Schreibtisch. Es gibt Fristen und Deadlines, die eingehalten werden müssen. Es gibt vielleicht Kundenanfragen, die bearbeitet werden müssen. Es gibt schwierige Vorgesetzte, es gibt schwierige Kolleginnen und Kollegen. Sowas meinen wir mit Stress. Oder vielleicht sowas wie, wir ziehen um im Moment. Stressige Zeit. Wir renovieren das Haus. Wir haben sehr viel Stress. Aber Stress hat nichts mit Arbeit zu tun. Nichts mit Fristen. Nichts mit Kunden. Nichts mit Workload. Auch nicht mit dem eigenen Haushalt oder der eigenen Familie. Im Grunde hat Stress nur mit wilden Tieren zu tun. Zum Beispiel mit Tigern. Stress ist eigentlich nur ein Versuch unseres Organismus, mit dem Problem Tiger besser umzugehen. Wobei, wenn man es streng nimmt, die Zeit, in der die Stressreaktion entstanden ist, da hatten wir zwar mit Tiger in Kontakt, aber nicht mit diesem Tiger. Der ist in Asien rumgelaufen. Wir waren damals alle noch auf einem sehr begrenzten Gebiet in der afrikanischen Savanne. Und da hatten wir Kontakt mit diesem Tiger. Der Säbelzahntiger. Wenn man sich den so anschaut, viel sympathischer als der andere Tiger ist der auch nicht. Der ist wahrscheinlich sogar noch viel gefährlicher. Und mit dem hatten wir tatsächlich viel Kontakt. Wir sind häufig gestorben in der Auseinandersetzung mit diesem Tier. Und das ist der einzige Grund, warum die Stressreaktion heute in der Welt ist. Stress hat nur ein einziges Ziel. Nämlich, dass wir in der Auseinandersetzung mit wilden Tieren, besonders mit diesem Säbelzahntiger, häufiger überleben. Das ist der einzige Grund, warum Stress heute in der Welt ist. Der ist nicht dafür da, uns das Leben schwer zu machen. So fühlt er sich manchmal an. Im Grunde ist es nur ein Versuch, das Problem Säbelzahntiger zu lösen. Und es hat unglaublich gut funktioniert, weil wir haben bis heute überlebt. Und das ist das Erbe der Stressreaktion. Wie lange könnte das denn her sein, dass die Stressreaktion entstanden ist? Wann war das in etwa, als wir mit diesem Säbelzahntiger in der afrikanischen Savanne rumgelaufen sind? Man weiß es heute nicht mehr ganz genau, aber man schätzt, dass es so etwa 200.000 bis 300.000 Jahre vor unserer Zeit geschehen ist. Und das klingt erstmal gar nicht so viel, denn der Planet ist mehrere Milliarden Jahre alt. Und die Dinosaurier haben ja sogar Millionen Jahre auf dem Buckel. Allerdings, was lernen wir denn in der Schule über die Geschichte der Menschheit? Wir lernen 1.000 Jahre. Vor 1.000 Jahren war es Mittelalter. Vor 2.000 Jahren waren die großen Religionsführer. War antikes Rom, antikes Griechenland, Athen. Vor 5.000 Jahren waren die alten Ägypter. Und davor ist bei mir nur noch Bildungslücke. Da ist schwarz. Da war irgendwas. Und dann irgendwann kommt die Steinzeit. Und wie lange müsste man diesen Zeitstrahl von 5.000 Jahren, was quasi alles ist, was wir über unsere Menschheitsgeschichte wissen, über die moderne Kulturgeschichte, wie lange müsste man diesen Zeitstrahl jetzt verlängern, um bei 300.000 Jahren rauszukommen? Klingt also erstmal gar nicht so viel, ist aber eine unglaublich lange Zeit. Wir können uns kaum noch vorstellen, wie das Leben damals war, wie es da ausgesehen hat. Aber wir wissen, dass derselbe Zahntiger da eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und um besser zu verstehen, wie das Leben damals war, geht doch mit mir mal auf eine gedankliche Reise. Wir gehen jetzt mal 250.000 Jahre vor unsere Zeit. Wir sind in der afrikanischen Savanne. Da haben wir alle noch gelebt zu dieser Zeit. Das ist ein Gebiet unterhalb der Sahara. Da ist nicht mehr so viel Wüste. Da ist schon wieder ein bisschen grün. Da fällt genug Regen. Es ist im Winter aber gleichzeitig auch nicht zu kalt. Also sehr gute Lebensbedingungen. Und da sind nicht nur wir und ein paar andere Tiere rumgelaufen, sondern eben auch dieser Säbelzahntiger. Und in dieser Welt, 250.000 Jahre vor unserer Zeit, hatten wir eigentlich nur zwei Probleme zu lösen. Keins davon war Altersvorsorge oder Steuererklärung. Wir hatten zwei grundlegende Probleme. Fressen und gefressen werden. In dieser Zeit gab es noch keine Supermärkte. Das heißt, Nahrung war tatsächlich sehr knapp. Genug zu essen zu finden, genug zu trinken zu finden, war eine der größten Herausforderungen. Die mussten wir irgendwie bewältigen. Und die zweite Herausforderung war, da laufen ja auch noch andere Tiere rum, die genau das gleiche versuchen, nämlich genug zu fressen zu finden. Und dieser Säbelzahntiger hat uns eben sehr häufig gefunden. Wir wurden tatsächlich häufig von dem gefressen. Säbelzahntiger war also Problem Nummer zwei. Man kann durchaus sagen, es waren einfache Zeiten. Die waren zwar hart, aber sie waren nicht sehr komplex. Wir hatten nur zwei Grundprobleme und nicht die Komplexität des modernen Lebens. Und um Problem Nummer zwei zu lösen, gefressen werden, nur um dieses Problem zu lösen, hat unser Körper irgendwann mal eine evolutionäre Anpassung vorgenommen und die Stressreaktion entwickelt.